Ich glaube, ich weiß, wofür ich die Bombe bräuchte. Wäre sie jetzt nicht so großartig im Boden. Oder ich könnte sie mir mit dem Todesgriff holen. Ja. Gut, dass ich noch auf die Idee gekommen bin. Gut, dass ich das hier noch hinkriegen muss. Egendwann muss ich das da noch hinkriegen. Das Tor noch aufzumachen. Ich war ja fast verpackt, habe ich so das Gefühl. So. Dann wieder die Statue rumdrehen und dann die Lampe endlich zu der Statue bringen, die sie so vermisst. Und dann kann ich endlich weiterlaufen. Theoretisch find ich dann hier das Ding. Hups. War ja fast schon knapp gewesen. Aber eben nur first. Man, die Truppe sind ja kaputt. Hier muss unbedingt mal jemand hin, die zu repaieren. Kann man sich auch verletzen, du. Diese ganzen Kisten. Wieder kleines Garapäe. In Begleitung. Boom. So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Das Kletterbein ist ja nicht anders. Bam, alter. Stoff aufgestiegen. Dann gleich mal den Punkt verteilen. So. Nee. Erhöht die Chance auf... Nee, yo. Dann nehme ich das mal. Können wir immer noch den mitnehmen. So. Der eine ist tot. So. Der eine ist tot. Du stirbst auch noch. Du Hure. Männer. Der verpackt sich einfach nur weg. So. Habe ich jetzt endlich mal irgendwann meine Ruhe? Hier. Ich will nicht mehr. Bam. Ist jetzt Ruhe. Geht doch. So. Jetzt nehme ich den zweiten mit. Ja, die Lebensstein. Der zweiten. So. Ähm. Gibt es hier was? Nee. Gibt nichts. Unmöglich. Doch. Sei wohl möglich. Todlauer war kein Scheiß. Kann ich auch? Ja. Hier. Hier. Gibt es vielleicht noch etwas. Oder? Wenn, dann gibt es hier eine Vulcrum-Käune. Ja. Und ich habe sie schon gekriegt. So. Dann geht es mal hier weiter. Und zack. Dann hole ich mir noch die Gäste. Weil ich dir keine Hände einfach. Ach. Es hätte ja sein können, dass etwas Gutes rauskommt. Den zweiten Stein dann anbringen. So. In die Richtung muss ich. Ups. Ich sollte den Todesgriff nehmen. Dem klappt es vielleicht besser. Ab in die Mitte. Und irgendwann kommt dieser blöde Champion dran. Und der wird dran glauben. Du hast das getan. Nein. Ich war gar nichts. Das ist jetzt schon mal ein Skelett-Champion. Das ist jetzt schon mal ein Skelett-Champion. Weil du bist der falsche Champion. Ich werde ja einen anderen Champion haben. Da kommen wir zum Beispiel. Ja, sterben. Oh, meine Ausweif-Skills, ey. Ich weiß zwar eigentlich, ob es stinkt, aber... Und ich weiß nicht. Do you see these moves? Hier kriege ich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sakre. So, ich weiß nicht mal, wie die Kreia ist, aber da hat er irgendwas gefunden. Das wird ein neuer Krot, weil ich lasse mich nicht einfach töten. So, du bist jetzt schon mal am Arsch, Alter. Ach, deswegen hat er sogar jetzt so gebet. Noch mehr Freude zum Spielen! Alter! So, ich kann nicht mehr aufhören, mich alle so anzupallen, ey. Ist jetzt Ruhe hier? Gut, er hat halt noch Geld. Ja, ich merk's. Tod, du kannst gar nix. Ach, jetzt weiß ich, wie der Kreia jetzt wieder heißt. Asche hieße. Warte mal. Da bist du doch her! Mann! Da sieht man wie leicht man sich verwehren kann. Das ist nicht schön. So. Ähm. Lass mal die Brücke hoch. Oder? Ne. Ach, das war der Fehler jetzt. Das brauch ich noch. Jetzt weiß ich auch, wofür die Bombe da ist. Wieder. Ja. So. Dann stelle ich mich nämlich hier rein. Und schmuss die Bombe hier drauf. Tod tritt sich mit. So. So. Mhm. Dann macht mal. Da. Scheiß Garabellenriese. Ja. Ich sag immer Scheiß, weil ich die Leute nicht leiden kann da. So. Das Vieh ist einfach riesig und gemein. Genau wegen sowas. Da blökt einfach mal meine Angriffe. Der Penner. Und er ist tot. Lustig. So. Dann holen wir uns mal noch den letzten Stein. Ach, ich denk mal. In der Session gibt's noch den Champion. Das ich schaff das schon denke ich, dass ich den besiegen werde. Oh ne. Ich drohne. Okay. Ich hör ja schon auf mit dem Schwachsinn. Schrei. Oh ne. Dann geh ich endlich zurück. Ah ja. Oh jo. Ich war aus seinem Altar bestanden. So. Ja. Oh jo. Ja, töte Gnashor. Das wird nicht lustig. Au, das hört schon mal weh. So, da ist der Gnashor. Der Champion der Arena. Ja, das war schon immer meine Taktik. Dass ich mich einfach mit einem Teleportschlag überall mal wegbaute. ouch 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 Ja, wir können jetzt wieder ein Körper, ja. Ach ja, das war er schon. Der kleine Knaschor hat gedacht, er könnte mich besiegen. Der goldene Schädel, der Preis, den du in der goldenen Arena bekommst. Der goldene Faustschild, ja, zack. Was kommt hier noch raus? Und eine neue Klebe, Zornbrokel. Ja, vielleicht sollte ich doch mal eine neue Secondary nehmen. Ach, verdammt. Ich kann mich doch parten jetzt. Altkarte und zum ewigen Thron, ja. Ich muss das ja bestätigen. So, der ewige Thron. Das bei Draven noch vorbeischauen. Der fahle Reiter, in Fleisch und Blut. Hm, das kam unerwartet. Hammertraining. Ach. Vereindruckend. So. Hättest dich in meiner Armee gut geschlagen. Danke. So, hab ich noch... Hab ich so eine Waffe? Ne, ich verkauf mal jetzt ein paar Waffen hier. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Ja, das Wind. Lass mal alles raushauen. Es ist so viel Schrott sozusagen dabei. Ja. Und schon bin ich wieder reich. Na, reich in Anführungszeichen. Hallo, Kanzler. Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Durchaus. Du stinkst nach den lebenden, Reiter. Nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade. Ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkert mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch, ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution? Bruder Mörder. Ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück, damit sie die Last mit mir teilen. Ja, da haben wir wieder was Neues. Interdiktion. Gib dem Träger das Kommando über die Fürst der Toten von den Toten Ebenen. So, da hinten habe ich noch was gesehen. Hehehe. Heht von Etugauf. So. Das heißt, ich könnte das hier benutzen, wenn ich schon... ...berhaupt... ...nicht einen Fürsten der Knochen hätte. So. Dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.